Der Mann spielt der Wunsch. Frage Gott weit. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Die Möglichkeit zu flanken. Lucas Perez. Er zieht ab. Kein Tor. Schöner Ball. Das war eine große Chance. Freistoß aus gefährlicher Position. Jetzt vielleicht. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Hey, der geht nicht rein. Klasse Chance. Das stimmt fast alles bei diesem Versuch. Das geht nicht. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der Zweite. Kein guter Freistoß. Ja, das könnte ihn viel, viel besser. Manuel Lanzini. Er bekommt die Unterstützung. Jetzt vielleicht. Andersson. Das ist der Treffer. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. Drei Tore. Eine Weltklasseleistung. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben Glück. Der Treffer hier aus kurzer Distanz. Das ist dann am Ende kein Problem. Das ist dann am Ende kein Problem. Das ist dann am Ende.